Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Indie-Spiel, was für eine Game Jam gemacht wurde. Es ist nichts sehr großartiges, es ist schnell passiert, aber wir werden es spielen. Das Spiel heißt No One, ist von Team Gotham Game und ja, ich dachte mir, ich lasse euch an meiner heutigen Erfahrung mal wieder ein bisschen teilhaben. Wie starten wir das Ganze? Wir können uns hier so ein bisschen umschauen, wenn wir hier draufklicken, ja, hier auf dieses Blatt. Und, das habe ich gerade schon mal angetestet, dann öffnet sich eine Website, deswegen mache ich das jetzt nicht. Hier können wir gucken, was ist das? Description, Dr. Schrift, irgendwas, was ich nicht lesen kann. Ziemlich verwirrend. So, dann haben wir hier noch eine Anleitung. Welcome to Wake Station R. Your job consists of... Okay, wir müssen die Patienten spritzen. Ja, wir kriegen gleich eine Wave auf diesem Oszilloskop hier vorgeschlagen. Und hier kriegen wir die aktuelle Wave auf diesem anderen Oszilloskop. Aber ich zeige euch das jetzt erstmal. Jetzt machen wir erstmal Licht an. Da kommt auch schon unser erster Patient reingefahren. So, ähm, 70 Sekunden haben wir noch. Ähm, wir brauchen diese Wave, haben aber jetzt diese Wave. Das heißt, die muss flacher und länger werden. Flacher und länger machen wir, äh, mit Rot und Orange. Rot und Orange. Guck mal, dann machen wir doch mal hier ein Rot. Äh, ja, und zwei Orange machen wir doch mal rein. Und zack. Oh, bitteschön. Ähm, oh, das war ein bisschen zu viel. Jetzt, die Wave muss wieder höher werden. Ähm, dann ein bisschen blau. Spritzen wir mal ein bisschen was von dem blauen Zeug rein hier. Bitteschön. Ah, direkt, man muss das immer... Ähm, das ist doch jetzt schon, oder? Oder? Muss ich die noch, muss die noch... Muss ich die noch irgendwie strecken? Kann ich jetzt irgendwas drücken? Licht aus. Patient, wie rette ich den? Needed Wave. Ist doch so, oder? Guck mal. Sie muss, äh, muss die... Ich weiß es nicht. Muss die noch... Ne, flacher auf keinen Fall mehr. Vielleicht ein bisschen strecken noch. Wir strecken sie mal noch ein bisschen in die Länge. Mit dem roten Saft hier. Rein damit. Ah, guck mal. Oh, 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 kacke. Das sind ja... Ach, du Scheiße. Ähm, ähm, ganz, äh, flach und spitz. Ne, und jetzt müssen wir ein bisschen runter und breiter. Also, rot und orange wieder. Rot, orange und rein damit. Letzte Chance. Haben wir es geschafft? Nö. Gestorben. Na toll. Okay, jetzt, ähm, wir brauchen also viel, viel höher und ein bisschen breiter. Dann brauchen wir blau und, 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 und rot. Rot. Machen wir mal blau, zwei Stück, einen roten. Und rein damit. Äh, ne, jetzt muss das ein bisschen gestreckt werden. Also nochmal einen roten rein. Zack, guck mal, das ist doch noch ein roten. Okay, jawohl, okay. Geil. Einfach reinspritzen. Ähm, oh, jetzt brauchen wir, es muss wesentlich höher werden. Das Ganze also blau. Hauen wir mal zwei blaue Seren rein. Guck mal, das sieht doch schon gut aus. Sieht doch schon gut aus. Scheiße. Nun ist es noch weiter strecken, oder was? Dann nochmal ein rotes Serum. Äh, ey, hallo, sieht doch gut aus. Noch höher. Noch höher. Also nochmal ein blaues vielleicht. Yeah. Komm schon. Hey, was muss denn da alles rein? Needed Wave. Einfach nur ein bisschen strecken vielleicht. Einen roten Serum. Hä, man muss doch noch ein bisschen höher vielleicht noch ein blaues Serum. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Oh, ich hab ihn gerettet. Cool. Wir haben ihn geheilt. Einfach immer reinspritzen, dann heilen wir. Ähm, da brauchen wir jede Menge blau. Komm, machen wir mal drei blaue Seren. Dann wird's schon mal spitz. Dann schieben wir das Ganze zusammen. Also auf grün. Ähm. Oh, guck mal, ich bin schon übelst der Doktor geworden. Immer rein. Ähm. Oh, drei. Oh, du Scheiße. Ähm. Na, 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 na. Die Welle muss weiter auseinander. Wahrscheinlich. Ich mach mal zwei rote. Ich mach mal zwei rote. Und, äh, äh, es muss ein bisschen flacher werden. Und einen orangenen. Ah, fuck. Ja, jetzt noch ein bisschen, noch, noch breiter. Noch einen roten rein. Ach, komm schon. Stell dich nicht so an. Das ist doch wohl die Superwave, oder? Noch ein bisschen flacher vielleicht? Ich weiß es nicht. Komm, dann gehen wir nochmal einen orangenen hinterher. Ja, scheiße, das war zu viel. Nee, das war schon so vielleicht blauen und roten noch. Yes. Guck dir das an, ey. Der Doktor. Aber ich hab nur noch drei Spritzer. Ähm. Needed Wave. Wir brauchen auf jeden Fall flacher. Wir brauchen auf jeden Fall flacher. Und vielleicht ein bisschen zusammenschieben, oder? Ah, scheiße. Oh, doch. Jawoll. Alter, Doktor Spritzi. Geil. Ähm. Mist, Mist, Mist. Äh. Needed Wave. Okay. Okay, viel, viel flacher. Machen wir mal zwei Spritzer hiervon. Und grün, hä? Wir müssen mal ein bisschen ruf in Doktorn. Oh, fuck. Das war nicht so gut. Dann nochmal einen blauen wieder rein. Yes. Oh, ho, Doktor Kreis, rettet die Welt. Er spritzt Leuten was in den Bauch für Geld. Ähm. So, jetzt brauche ich Orange. Orange. Ach, komm, machen wir mal drei Orangen, ne? Und strecken müssen wir es auch noch. Also, zwei rote. Oh, fuck. Äh, noch einen Orangenen. Und noch einen roten. Hey, das ist doch die Wave, eindeutig. Noch flacher. Leute, gleich haben wir einen Tod gespritzt hier. No, das gibt's doch nicht. Noch einen roten. Oh, mein Gott. Okay, ich hab noch einen Spritzer jetzt. Ich hab einen Spritzer. Wir brauchen eine super spitze, enge Wave. Okay, äh, machen wir mal zwei grüne. Zwei grüne und drei blaue. Oh. Hab ich's geschafft. Hat er gesessen? Ne, der ist tot. Fuck. Oh, Mann. Oh, ist das crazy. Ich hoffe, ich krieg das hinterher in der Bearbeitung noch ein bisschen heller alles. Ähm. Ähm, da brauch ich doch... Äh, muss ich das einfach nur ein bisschen spitzer machen? Einfach nur ein bisschen spitzer? Vielleicht mal hier den blauen. Fuck. Einen roten noch? Ja, fuck. Next Step. Also, reanimiert haben wir ihn schon mal. Obwohl er schon so geschrien hat. Oh, Gott. Needed Wave. Also, ein bisschen... Machen wir zweimal grün. Ah, zweimal grün oder dreimal grün? Dreimal grün. Oh, scheiße, ey. Nochmal zweimal grün. Na komm, der ist doch super. Oder? Noch ein grün. Ne. Gibt's doch nicht. Scheiße. Okay, Leute, der wird draufgehen. Komm, hauen wir mal einfach hier so ein bisschen Serum rein. Wenn er schon draufgeht. Okay, boah. Und die Zeit wird immer kürzer. Oh, Gott. Was soll ich jetzt machen? Machen wir ordentlich... Ne, nicht so viel orange. Kann ich das resetten? Ja. Machen wir mal drei orangene. Drei orangene. Und vielleicht ein bisschen grün noch rein. Mist. Noch ein grün. Nehmen wir zwei grüne. Oh. Okay, der war gut. Zwei grüne war okay. Oh, Gott. Ähm. Jetzt muss das Ganze zusammengeschoben werden. Machen wir mal zweimal grün. Dann machen wir... Das muss ein bisschen kleiner werden. Also machen wir zweimal orange. Fuck. Noch mehr grün. Und... Und... Ah, nee. Kacke. Und einen blauen jetzt. Komm, ein blauer muss reichen, oder? Okay, eine... Eine habe ich noch. Ähm, wir brauchen... Ach, du Scheiße. Schon wieder gestorben. Fuck. Fuck. Ähm. Mist. Ähm. Aber jetzt bin ich durcheinander. Needed. Current. Okay, äh. Needed. Ich muss nur... Ein bisschen flacher muss das werden. Äh. Machen wir mal zwei orangene. Oh, nein. Das wird doch wieder nichts mit grün. Ja. Ich habe nur noch drei von diesen... Ach, du Kacke. Äh. Ein bisschen strecken. Ein bisschen strecken. Wie strecken wir denn mit rot? Zwei mal rot und kleiner muss es auch noch. Zwei mal orange. Mist. Scheiße. Machen wir noch zweimal grün jetzt rein? Fuck, das war es nicht. Einmal rot. Scheiße. Ah, was ist passiert? Ich werde nicht länger gebraucht. The state calls the next operator to workstation R26 999 LBM. Let us be thankful for the benefactor. Word hard. Increased production. Press space into a terminal to call the next operator. Wie, jetzt space oder wie? Kann ich jetzt noch space drücken? Ah, Mist. Also ihr seht, das ist gar nicht so einfach, wie man glaubt. Ähm. Man muss hier ordentlich was drauf haben als Spritzer. Ah, fuck. Das war... Ich dachte mir schon, das war ein grüner zu viel. Vielleicht jetzt hier so. Ja. Ah. Aber ich bin doch eigentlich ein guter Operator. Ich weiß gar nicht, was die haben. Ich weiß überhaupt nicht, was die haben. Okay, hier, guck mal. Dann machen wir mal zwei rote und drei blaue. Das sagt mir mein Instinkt. Mist. Noch einen roten. Aha. Aber ich hab noch fünf Injektionen und 45 Sekunden Zeit. Ähm. Ähm. Needed wave. Also viel, viel. Ach du Scheiße. Ich mach mal noch einen roten. Und... Eins, zwei, drei blaue. Ah, fuck. Noch einen roten. Der ist doch geheilt. Der ist doch geheilt. Ey, wunderschön. Seht euch das an. Der Junge hat's drauf, ne? Okay. Das ist nicht das super Gameplay des Monats, aber... Ähm. Irgendwie macht es mich gerade süchtig, dieses Spiel. Äh, kleiner, kleiner, kleiner. Bevor ich hier zu viel erzähle. Hier sterben Menschen, hier gehen Leute drauf. Dr. Christ. Äh, äh, und ein bisschen zusammenschieben, denke ich mal. Noch einen grün. Das hab ich jetzt veranstaltet. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Äh, blau. Machen wir zwei blaue in den Bein. Nein, das war zu hoch. Fuck you. Dann einen orangenen und noch ein bisschen schieben, oder? Einen grün. Ja. Guck dir das an. Also ich bin der Menschenheiler überhaupt. So will doch jeder geheilt werden. Ähm, der kennt das nicht von seinem letzten Krankenhausaufenthalt mit dem großen Roboterarm und, äh, ne? Der dir Sachen in den Bauch gespritzt hat, bis du dann letztendlich wieder geheilt warst. Komm, mach mal noch einen. Und einen kleiner auf jeden Fall. Einen orangenen. Noch mehr zusammenschieben. Fuck. Noch einen grün. Ja. Ohoho. Fuck. Mann. Da hab ich wieder einen verschenkt. Ne? Das war eigentlich ziemlich einfach. 13 Sekunden. Oh, fuck, 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 fuck. Ähm. Needed 12. Strecken. Strecken. Und einen kleiner. Kleiner war auf orange, oder? Strecken auf drei. Alter. Boah. Der hat Dreck gesessen. Der war schön. Der war auch den linken Hoden. Ich spritze gerne den linken Hoden. Weil wer den linken Hoden spritzt, ist meistens auf dem richtigen Weg. Ähm. Needed. Also. Bisschen, bisschen strecken wieder. Einfach nur. Ah, fuck. Der muss noch einen größer, oder? Langsam kriege ich ein Gefühl. Ungefähr. Ja, scheiße. Der hätte wahrscheinlich... Ne, hä? Das wäre nur noch ein roten, ja. Ich verschenke natürlich dann immer oft Spritzer, ne? Needed Wave. Das muss auf jeden Fall viel, viel höher. Machen wir mal drei blaue. Drei blaue. Und wir kompensieren das Ganze noch mit einem grün. Hat nicht gereicht. Noch ein grüner. Okay. Hat gereicht. 30 Sekunden und noch drei Injektionen. Jetzt... Oh, fuck. Ähm. Dann machen wir auf jeden Fall zwei flacher. Und... Einen breiter noch. Oh, fuck. Noch einen breiter. Ich hab nur noch eine Injektion danach, ne? Scheiße. Was ist das jetzt? Bisschen noch höher? Machen wir sie noch höher? Einen blauen. Komm schon. Next patient. Ich glaub, der ist tot. Oh, ja. Der wird weggeschmissen. Alles, was nach unten fällt, wird weggeschmissen. Ähm. Okay. Die Welle ist so und wir brauchen sie so. Also brauch ich sie viel, viel höher. Eins, zwei. Nehmen wir mal drei blaue. Und natürlich ein bisschen Streckeli. Einen oder zwei? Nehmen wir mal zwei. Hat gar nicht gereicht. Wir haben nur ein dritter. Mann! Das ist immer... Wenn man immer einen vorbeispritzt, ist das blöd. Das ist wie im echten Leben. Ihr kennt das. Ähm... Nom, 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 nom. Ein bisschen flacher, bitte. Ein bisschen. Noch ein bisschen flacher. Äh... Strecken. Weiß ich gar nicht. Muss ich strecken? Ich mach's einfach noch ein bisschen flacher. Scheiße. Das war blöd. Das war blöd. So wahrscheinlich. Kacke. Und... Äh... Ne. Vielleicht höchstens so. Jawohl. Okay. Zwei Spritzer hab ich noch. Zwei Spritzer. Das ist so... Okay. Die muss noch weiter zusammen. Ein grün. Die muss auf jeden Fall noch größer. Also auch nochmal ein blauen. So. Jawohl. Guck dir das an, wie ihr ihn geheilt habt. Drei Patienten. Boah. Schaffen wir die fünf? Schaffen wir die fünf? Endensaison. Hafensaison. Endensaison. Schaffen wir die fünf? Ähm... Ähm... Werden jetzt. Also zweimal locker. Machen wir gleich mal dreimal. Und der muss auch wieder höher. Also hier nochmal ein bisschen was von dem blauen Saft rein. Boah. Das war ein geiler Schuss. Der war genau rein. Wieder linker Hoden. Oh. Äh... Der muss eins, zwei, drei. Der muss auf jeden Fall drei kleiner. Der muss eins, zwei, drei zusammen. Okay. Spritzen wir mal rein. Alter. Hammerhart. Guck dir das an. Ey, ich werd immer besser. Aber ich hab immer weniger Zeit. Und was ist das hier? Kann ich hier irgendwas drücken? Nein. Ähm... Oh, wir brauchen eine ganz flache. Also eins, zwei, drei, vier. Den spritzen wir jetzt richtig flach. Und stretchen den noch ein bisschen um... Ah, sagen wir mal drei rote. Hä? Hä? Der war doch super. Scheiße. Der war nicht super. Fuck, nur zwei rote wären's gewesen. Ah, jetzt hab ich aber auch langsam so diesen Sinn dahinter verstanden. Ähm... Dann pressen wir das nochmal, ja, um einen... Na, dann machen wir zwei kleiner. Und schieben es noch einen zusammen. Ah... Nicht? Ah, war zu klein, hä? Ein blauer. Ah, Mist, ey. Okay, ich hab nur noch zwei Dinger. Okay, die Welle... Auf jeden Fall müssen wir... Wir haben nur noch... Scheiße, die Zeit läuft ab. Rein, rein, rein! Ich kann's nicht mehr ansehen. Ich hab schon wieder einen Patienten verloren. Und man hat auch nur noch fünf Spritzer dann und so. Es wird immer schlimmer. Und immer weniger Zeit. Oh, Mann. Ähm... Ähm... Okay, breiter machen. Zwei breiter machen. Die Höhe ist eigentlich geil, oder? Machen wir es mal drei breiter, dann... War's zu breit? War's zu breit? Ich weiß es nicht. Komm, machen wir mal einen grün, wenn ich das... Scheiße. Äh... Noch ein grün? Ey! Ja, scheiße. Es muss noch größer. Es muss noch größer. Blau. Komm, ich will wenigstens den einen Spritzer treffen. Rot. Ja! Oh! Ja, nächster Patient. Tut mir leid. Wir haben leider nicht mehr Geld, um noch mehr reinzuspritzen. Ähm... Oh, Mann, ey. Das macht mich fertig, dieses Spiel. Das macht mich jetzt schon fertig wieder, Leute. Okay. So. Das muss auf jeden Fall einen breiter. Das muss auf jeden Fall flacher. Einer reicht. Einer reicht. Ja! Einer reicht. Guck mal, da muss man schon... Ach, du Kacke. Oh, ja. Na klar. Also, das muss auf jeden Fall... Ähm... Machen wir mal hier so... Äh? Was ist passiert? Zeit war schon abgelaufen. Oh, scheiße. Das ist der letzte Patient. Wir können nichts mehr für euch tun. Die Welt ist verloren. Ähm... B-b-b-b-rot. Boah, da wird jetzt hier ein Matschel vor dem Spiel. Oh, Gott. Und blau. Was? Okay. Der hat gesessen. Das war ein... Ein doofer... Äh... Need Wave. Okay. Eins. Zwei mal so. Äh... Und zwei mal so, würde ich sagen. Wie? W-wa... Was ist passiert? Ah. Und schon wieder gefeiert. Naja, Leute. Okay. Ich glaube, wir haben alles, was am Gameplay in diesem Spiel zu erreichen ist, erreicht. Wenn ihr das Spiel selber eine Runde spielen wollt, schaut unten in die Beschreibung. Da findet ihr auf jeden Fall einen Link dazu, wie man der große Spritzmeister von der südlichen Erdhalbkugel wird. Und ansonsten spritzt für euch allein, spritzt alle zusammen, wie ihr möchtet. Spritzt in das Video einen klitzekleinen Daumen rein, wenn ihr möchtet. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, äh... Moment. Wie ging der Spruch, den ich neulich in den Kommentaren gelesen habe? Genau. Kommt dein Ziel einfach nicht näher, dann ist schuld der Kreisverkehr. In diesem Sinne, vielen Dank für den Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.